hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir so ein weihnachts tycoon und mit dabei ist auch die sophie oder auch nicht vielleicht bin ich ja auch alleine ich weiß es nicht ganz aber ja ihr seht auf jeden fall auch sophie ihre anzeige und im bild eingeblendet und ja dann könnt ihr auch sehen wenn sophie spielt wie sie gerade spielt und so weiter ich habe mir das wäre eine gute idee und jetzt so viel sagt endlich mal was ich habe gesagt ja gut man hatte ich aber nicht gehört okay ja gut zu wissen so was ist als erstes man muss als erstes hier einfach auf daten oder wie weit bist du schon du bist auch schon ganz schön weit ja ich komme kurz zu dir ich habe bitte wie viele geschenke so schon mal auf die geschenke anzahl das ist dollar das ist geld egal wenn ich doch ja 29.000 ist schon ganz schön bin ich rich oh mein gott 30.000 irgendwas ja du bist einfach reich du hast einfach vor mir angefangen deswegen ist das ganze ein bisschen schwierig jetzt für mich hier noch aufzuholen so ich muss kurz schauen wie mache ich das jetzt am besten ich habe gerade 250 dollar so traurig ich habe den eingang schon gemacht wie lange glaubst du dauert so ein tycoon ich habe keine ahnung zwei stunden drei stunden wir machen einfach ein video was nicht geschnitten wird daher ja das wäre doch dann pass ich auf was ich sage ja ja aber noch nie mal das ist das problem sondern ich glaube wie keiner schaut sich gerade so zwei oder drei stunden am stück an also ich glaube auf jeden fall nicht doch das würde jeder mache oder von euch leute wer so viel dabei ist dann macht ihr sowas gerne ja also ich allein ich guck mal ich tue ein bild von dir als thumbnail nehmen und dann ja zehn millionen klicks du bist echt so ein klickfänger und dann schreibe ich aber noch dazu so viel meine freundin und zack noch mal 10.000 klicks obendrauf einmal das läuft so ich könnte irgendwas mit grün ach das ist der eingang okay ja ich würde mal schließen dann kann keiner hier rein ich habe viel money ja gut so viel maniere aus wieder ist nicht aber so dass wir ja perfekt das eine kostet ihr geld ach du kannst diese pakete auch nehmen ja 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 ich weiß nicht was sie bringen aber ja ich dachte erst am anfang kennst du dieses spiel wo man wo so marmerwürfe rauskommen und du mit diesen hammer da drauf schlagen muss ja kenne ich zwar jetzt nicht in roblox aber habe ich schon mal so bekannt ja ja egal auf jeden fall ich dachte gerade eben das wäre das und dann klicke ich hier die ganze zeit auf die geschenke und wundere mich warum das nicht klappt weil ich dachte ich muss auf das geschenk schlagen ja und ich wundere mich immer wo meine pakete verdäht daheim ankommen hier sieht man ja den prozess wie schnell der prozess geht also ich glaube das schafft er ganz schön schnell durch wahrscheinlich gibt es hier nicht so viel oder stellte vor dass der prozess 1 von 200 das war wirklich sehr traurig so ich habe jetzt drei stück von diesen geschenke troppern das läuft wie viele hast du hey ich werde angegriffen schlag dich mit meinem wolfschwanz hey hör auf warum ich hab dir nichts getan weihnachten ist das fest der liebe ich habe ein weihnachtsgeschenk für dich oh danke das ist aber lieb von dir ja willst du ich habe mir extra viel mir gegeben nee ich verzichte ich bin ja hier wieder geschenkt geworden leute wer von euch will mich haben ein weihnachtsgeschenk ey leute stell dir mal vor das wäre so das wäre einwandfrei da hinten ist ein riesengroßes geschenk klaue ich mir erst mal das für mich am besten ist dass die rentiere da oben ohne den schlitten fahren ja ich hab jetzt irgendwas bekommen aber keine ahnung wo ist das geschenk das habe ich jetzt eingesammelt hier ist es großes geschenk habe es auch du kannst es auch einsameln ja 25 irgendwas habe ich habe den schlitten gefunden okay ich finde ich mir kann man hier schon ein geschenk ich bin der weihnachtsmann ich kann ja nicht doch jetzt hier ja klar jeder will mich als weihnachtsmann haben leute wer will ich nicht also mal ganz ehrlich mich für jeder sogar so viel glaube ich hoffe ich hoffe ich ich weiß nicht ich stelle mir das lustig vor stell mir vor sophie deine eltern schenken einfach mich an dich so also du bekommst mich einfach als weihnachtsgeschenk dann bist du so richtig enttäuscht und dann deine eltern so aber das hast du dir doch schon immer gewünscht und du so der unter der eltern könnte eine schriftlich lesen auf diesem zettel stand einfach so drauf was von dem action-wolf-shop aber also die haben mich entführt ja und dann haben sie halt einfach gelesen ich möchte action-wolf wie auch immer und dann und dann haben sie einfach nicht entführt und dann wurde eingepackt wurde per dhl verschickt und dann hast du mich ausgepackt und warst richtig enttäuscht weil eigentlich wolltest du was aus meinem shop haben jetzt könnte war der shop werbung machen deswegen gerne leute alle merch kaufen aber ich glaube das lohnt sich nicht mehr für weihnachten deswegen kauft doch mal für ostern das ist doch die geilste werbung überhaupt wenn man vor die wird das im fernsehen ausgestrahlt werden das wäre genial ja das wäre doch cool ja würde ich voll feiern geschenke so lange kann man mädchen ablenken weg mit dir das ist meins das bedeutet einfach krieg du wirst gebraten doch du wirst gebraten tja was machst du jetzt soviel denkst du erst ab da komme ich nicht raus mir ist schwer kann mich nur jungs ich war nicht ich war nicht ich war nicht ich war nicht was ein geschenk nee dich kann man auch nicht verpacken da würde sich jeder verreckt lachen also wenn ich bekomme das geht auch gar nicht mein taikon ist schon fast fertig ach komm ich nicht weil du einfach schon früher angefangen hast das ist einfach unfair nein ich spare warum habe ich einen unsichtbaren stuhl weiß ich nicht ja ich habe sogar so eine weihnachtswaffe wie du oh nee nee ich glaube das hier ist nur dieser lieferausgang ich bin mir nicht ganz sicher ich frage mich was hier das ist dann sollen das toiletten werden nee das ist dieser lieferausgang das habe ich gerade beschrieben das geilste ja ich habe das wirklich also die sache ist die ich glaube schon oder ja aber hier ist doch gar nicht zum liefern hier ist noch nicht mal ein loch oder so wo lkws kommen können oder ein loch wo die schenkel das kommt noch mal schlau 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 so das hier das hier so gibt es hier mitarbeiter ich kann sogar ein zählter einstellen du auch für 100.000 davon hätte kannst du also hinten dran da kannst du das einstellen ach so ich konnte ich konnte gar nicht rein der steht kommen schalt doch mal an dass ich rein kann oder ich bin augengräbs ich auch ja das schon besser hier kann man hier kannst du ein center einstellen und ich weiß ich jetzt weiß ich auch warum es ein center gibt und keine es ist hier den stuhl ich das umänderstelle welchen stuhl siehst du hier diesen stuhl hier ja ich sehe halt nicht stimmt ich sehe es auch gerade ich sehe den stuhl aber toll wie welche verarbeitet ihr schwarz ist einfach so ein büro stuhl wirst du sehen wenn ich das video dann schneide also wenn ich es hochlade santa ich habe santa gekauft echt jetzt ja schickimicki santa ja stimmt er sieht er sieht schon gut aus eine 10 von 10 ja nicht so wie du kann ich lasse ich raus komme ich lasse raus ja also wenn ich schon drüber springen kann dann mache ich es auch so viel ja ich bin älter geh weg geh weg einfach geh ich habe einen weihnachtsbaum ja und ich habe noch nicht mal ein center klar hast du früher angefangen anders kann so viel ganz ehrlich hast du früher angefangen so du hattest doch schon geld bevor ich überhaupt angefangen habe ich habe nur eine droppe platziert ja ja ich habe angefangen ja das wollte ich gerade sagen weil bin ich hier alles eingestellt hatte da war so viel schon fast fertig das ist also ja 17 prozent habe ich gerade was das redest du damit lieferant was da ist wo ich dachte das wären toiletten das ist eine rolltreppe ich komme mal zu dir ja ich habe eine rolltreppe also eine rolltreppe die wahrscheinlich kaputt ist weil die nicht funktioniert warte ich mach auf ich mach auf ich bin schon drin sollte mich langsam mal ein dach holen naja das dauert noch ein bisschen bis du das dach hast aber das könnte halt wirklich so eine rolltreppe werden für ein lieferding oder so aber das ist ich weiß nicht es könnte schon was mit lieferanten mäßig sein weil ich weiß nicht aber das ist ein bisschen nee nee doch nicht aber irgendwo muss ja ausgeliefert werden ja vielleicht irgendwo anders ja sehe ich auch wo denn jetzt irgendwo hier muss mein amazon paket mit dabei sein kann das sein dass ich mir gerade dein amazon paket du gönnst dir gerade mein amazon paket was ist denn da drin doch sorry ihr wollt ihr wollt ich nichts tun ja was das für ehrenloses stück ding bist du überhaupt so ist so viel guck mal das ist das zeigt mal voll das menschliche wieder also da bin ich wirklich sehr enttäuscht dass mich in ruhe es besser als ein schwert ich weiß es ist alles besser als du keine sorgen die nächsten kriegst du versprochen ja ja enttäuscht wie kann man bloß so sein ich sitze halb im stuhl daran ok ok weiß sieht echt besser aus das ding ist halt wirklich das so wie also dein klingt das passt nicht so an ich wollte dass ein lina pink lila alles das gleiche nein doch lila ist schöner wo ist team lila leute alte chat für lila ach das geht ja gar nicht wir sind ja gar nicht live aber leute immer so wäre die kommentare also mal ganz ehrlich leute lila ist auch genau das gleiche wie rosa das kann man keiner erzählen mehr war besser während der den unterschied bei jahr noch aber die sache ist diese leute für was seid ihr eher also meine lieblingsfarbe ist ja blau grün schwarz und rot und sophies lieblingsfarbe ist ja lila glaube ich oder ja ist deine lieblingsfarbe so leute für was seid ihr eher schreibt es mal in die kommentare und so viel ich kann dir jetzt mal sagen du wirst nur meine lieblingsfarben lesen weil alle anderen kommentare werden geblockt wenn ihr lila nehmt dann kriegt ihr ganz viele geschenke von weihnachtsmann leute wenn ihr blau rot schwarz und grün nehmt dann bekommt ihr noch mehr weihnachtsgeschenke inklusive ein action wolf und dem wir wirklich jeder oder ich hab sogar noch so viel und so viel dürfte ich sogar behalten weil die will nämlich kann mit deinen eltern ist ja schon abgesprochen du wirst nach amerika verschifft oder das wärs doch du kommst nicht mehr zurück nie wieder endlich habe ich sie los endlich ich habe den tag gewartet da gibt es nichts zu lachen das ist so es ist es wirklich das ist wirklich purer ernst ich habe eher so eine eindröcherin hier bei mir drin ja 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 was wird ihr denn mich kaputt machen ich habe wirklich gedacht du willst doch rein und du bist auch noch drauf reingefallen haha das ist das geilste überhaupt also das muss man erst wenn bekommen ich habe jetzt ein da haben hier heute die geschenke los ich lasse diesmal welche geschenke ach so die anderen da hier gibt es doch gar keine doch die werden jetzt gespawnt muss kurz warten ach so ich hau dir zu hier erst mal das eine große geschenk sophie ja du schießt gerade irgendwas ab alles klar perfekt ich mache gar nichts ich sehe dich ich bin erster ich habe dich genau im auge genau und ich habe gewusst es kommen keine geschenke es kommen doch welche hat er doch gerade gesagt kann viel sagen ich habe keine bekommen dann kann ich sind dass deine geschenke sind ich meine wahrscheinlich habe ich sie center mag mir ja dann schreibe ich gleich mal aber sowas von einem brief das sagst du gar nicht wenn der wüsste was du schon alles angestellt hast dieses jahr da würdest du wirklich unten durchfallen hier kamera ich weiß nicht ob ich die glauben nein das abgeschlossen ja ich erkenne ich gar nicht mehr wieder haben wir uns gar nicht gesehen du siehst voll ja voll sexy siehst du aus am meisten ohne habe so einen kleinen züpfel obendrauf und dann hast du noch hier so ein frau irgendwie sieht es merkwürdig aus ja aber ich will dein geld abheben money in the cash bei mir das unfaire mein süßes kleines wäufchenchen ja was er kann er kann ich schlagen alle mann leichter lassen dafür dass du für mich jetzt umbringen will einfach traurig kann er stehe ich mit meinen schwanz schlagen ich schlage ich gleich mit meinem schwanz zurück immer haus aber ein großes problem für die alles so falsch an ja ich bin stehen aber nein du machst es nicht so sehr empfehlen doch mach es du bist blond du musst das machen so wie ich bin so dick ich komme nicht hoch stell dich nicht so an ja ach so viel ich kenne dich einfach zu gut es ist einfach so ja da kann man auch nichts dran ändern wer hat das licht ja perfekt 26 prozent habe ich fertig so wie auch 25 95.000 mach mal auf bist du denn hier warum sollte ich weil ich mal reinschauen will du hast schon 41 prozent du bist einfach zu gut für diese welt du hast schon mein weihnachts rätsel erraten du hast einfach schon alles also das ist wirklich traurig also wirklich sehr 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 traurig du kannst du kannst nicht in den richtigen bus einsteigen das ist wirklich sehr enttäuschend ich habe eine glatze ich habe den glatze oh mein gott ich hab eine glatze sie ist wunderschön aus wunderschöne glatze ohne hut sogar 27 prozent aber ich glaube jetzt geht schon ganz schön schneller also es läuft gut glaube ich habe ich ein gutes gefühl auf jeden fall und das geld läuft ja der money läuft leute wenn es mal rollt dann rollt so wie ich seh es guck mal wie lecker ich bin ich würde schon in mir reinbeißen du bist nicht lecker du bist süß ich bin ein süß gebäck ja ey leute bester anwachsspruch merkt euch den so so viel mach mal auf hier ist halt einfach alles voll hier kann man runtergehen oh ey leute das ist einfach krass hier hinten können die ganzen leute sitzen oh hier ist ein geheimgang du wirst dich nicht finden ich finde dich schon ich sehe deine stream auch ich werde schon wieder angegriffen auch man wie ehrenlos leute habt ihr das gesehen als wenn ich dich so sehen würde dann würde ich mich auch machen ich will mal was wissen komm mal mit ich klemm hier in der maschine ja ja drück mal hier auf grün ich will wissen dass das eigentlich ist kannst du denn das stammt okay mach das dann wieder auf und du kannst niemand nein du kannst niemand geld abheben ich weiß noch das andere machen warum bitte da steht aber du erlaubst anderen spielern waffen ach so warum soll ich das anmachen dann kannst du meine waffen wieder nehmen ja ist ja egal eigentlich aber egal machst du mal auf warum du hast mich trotzdem getroffen da hilft kein sorry bin sehr enttäuscht mir leid tut mir leid hilft er auch nicht mehr mein herz ist ja ich komme ich rein ja du bist so fett ja ich versuche jetzt mit anlauf so 43 prozent soviel du kommst da nicht rein so mach mir wenig hoffnung dass ich reinkomme soviel schaffst das ich glaube an dich du bist die allerbeste du schaffst das so nicht jetzt 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 so warte ich fahr ein bisschen vor ich bin jetzt gespannt ob du schaffst 1 3 2 1 und das war gut ja ich habe es gelesen ich mache schnell das geld viele geschenke eher gesagt ich wollte das land gibt gerade an meiner türe aber ja 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 da schaffst du nicht ich bin der weihnachtsmann 45 prozent krass ich will hoch ich bin spiderman naja ich höre ich bin spiderman als ob jetzt aber nicht mehr ich habe ja gut okay ich mache es mal wieder spiderman also blick kuchen spiderman macht das ist nur einer dran bei der man die 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 hoch du bist doch nicht so fett so jetzt kommst du mir auch nicht mehr rein was hast du denn gewisse fenster dinge gemacht hier runter du stück fennes lebkuchen was machst du ich versuche hoch zu kommen und versuch es nicht ich hab ich glaub nicht an dich ich glaube nicht an dich nein du schaffst das nicht hoffentlich kann ich auf die renntiere mach das mal probiert aus glaubt nicht die bewegen sich zu schnell das geht schon wenn du richtig zielst okay du bist ja wieder meine geschenke ich habe eins genommen ich habe die renntiere ja ja sagen sie alle kam nein das ding sonst liegt dadurch okay dass sein haus ddd dd die lassen dach ja da schon ja was jetzt das nachher wo gab es das gibt es bei dem ich bei dir ist das tag der offenen tür du kommst bei mir nicht mehr rein du stück gelohnt ist das stück was machst du denn i have money this is a very good 48 prozent ey das ding geht halt wirklich zwei stunden kann man was ich kann auch noch nacht okay du siehst irgendwie merkwürdig aus der bad hängt ja in deinem gesicht wir haben gerade mal 55 prozent er hast du wenigstens ein tycoon voll weil ich weiß nicht wie lange wollen wir denn noch aufnehmen ich habe es nicht 87 das 87 warum bist du so schnell ich habe gerade mal 56 kann doch gar nicht sein ich weiß nicht ob ich das jetzt noch schafft hier fertig zu machen es wäre ein bisschen mies wenn ich ja was machst du denn warum bist du so gemein ich bin nicht immer ein schöner weihnachtsmarkt warum liegen jetzt hier meine zacken einwandfrei so viel achten achtung 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 gemacht sonst habe ich nicht einmal wo soll ich denn hin hatte einmal erzhaft einmal zwei mal was machst du denn ich wollte nicht mal die machen ach so okay 59 prozent ich habe jetzt 99 prozent von 141 also gleich habe ich 100 prozent empfehle noch 44 wie viel fehlen dir noch ich habe ja 99 prozent von 100 also nein was den 99 prozent also 99 strich 344 also sozusagen 68 prozent sagen wir so also gleichwertig ist so eine andere sache wenn ich mache mir noch kurz hoffnung okay dann machen sie dir jetzt kommen noch sachen mit einem millionen und so ich weiß aber das geld geht halt jetzt auch irgendwie schneller das halte ich sache so du ja mal ein paar sachen ich habe jetzt grad 65 prozent 35 fehlen noch ich habe den steifen schwanz ich habe den steifen schwanz hoffe ich habe den steifen schwanz ich habe den steifen schwanz aber ist halt wirklich so und steif nicht so viel was verstehst du dann immer falsch dran ich habe auch ein ich weiß dass du auch als mädchen ein steifen schwanz ja komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her wo bist du ich komme zeig mir mal deinen steifen schwanz ja red ich mal um bleibt mal so stehen hier bleibt mal so stehen mit man so stehen bleibt bleibt 20 ich will das testen aber so ich tue damit man jetzt machen wir beide was machen wir beide gleichzeitig wedeln in 321 und wir wählen mit unseren schwänzen mega der schwanz wählen das ist so anders merkwürdig ja das wählen der schwanz duo das so vielchen und der wilde wohl das geile so vielchen und der wilde wohl auch egal mir fehlt noch eine sache dann bin ich fertig ich habe 73 prozent hast du mit meinem haus bin ich so fertig aber daneben ankommt noch ein iglo also ich habe 119 von 145 ich weiß gar nicht was kann ich denn hier noch machen ich habe auch hier schon eigentlich alles gemacht so viel kann es mir helfen was muss man denn machen was noch machen ich habe die oberste etage etwas wird mir oben hier ich habe einfach alles schon gemacht aber trotzdem habe ich keine 100 prozent ja ich weiß auch mal kurz unten ja obwohl das oben hoch neben deinem haus muss noch das iglo bauen gehe nach ok ok er ist noch fort floor und das ist das ja aber du hast es ja schon fertig ja fast hast du hast auch keine 100 prozent ich habe 90 90 ja gut ich habe 83 ergibt sind ja ich muss auch noch nie insel ich muss das hier noch bauen und das hier ich kann zu viel bauen richtig viel geld ich habe jetzt 86 prozent es wird er kam zu mir auszeigen ja ich komme zu dir kommen hier bitte warte mal ich bin gerade überlegen kannst du hier rein hier kommst du gar nicht rein ach mann oder wasser bleibt immer stehen ist das blaue licht weg ja ich bin drin so was ich komme durch das portal soll ich ja okay du hast total aha wie cool kann ich da runterspringen was passiert ich bin nichts passiert ich konnte mein rentier hier nehmen echt das ist geil ich nehme jetzt mein rentier kann ich richtig hoffen wo ist mein rentier habe ich jetzt ich habe schon wieder vier millionen so i holding me my present da oben ist einfach schon meine insel ich sehe es ich bin der weihnachtsmann nee kommt auch noch eine hütte hin nee der tycoon endet nie ja frage ich mich langsam nicht so wieder geld abholen 87 habe ich schon ich bin nur noch 13 prozent ja ja so ich habe jetzt auch den tower hier sind einfach krass hier du kennst also du kennst natürlich blocksbock und man kann jetzt weihnachten diese kekse backen mit den bäumchen da drauf und die sind einfach auch hier in diesem spiel drin und ich habe jetzt ein kakao okay komm mal zu dir so du spielst du auch auf pc oder das renntier lässt sich aber voll gut fliegen eigentlich finde ich ja ich hatte eben nur probleme wie man noch mal nach oben kommt aber jetzt habe ich gesagt ich so was hätte ich mir halt wirklich in brocaven gewünscht so ein rentier was du schön fliegen kannst so fliegt mal hoch ich sehe die insel gar nicht mal gerade die sonne davor warum fliege ich denn jetzt furcht wurde eigentlich nach unten bin ich dumm wissen wir ja gebläht ja der weihnachtsbaum ist mega schön ja stimmt das würde ich zugeben 97 prozent mir fehlen noch drei prozent oh ey ich brauch drei millionen um da weiter zu bauen mir fehlen noch zwei sachen bei der insel dann bin ich fertig das kann ich kaufen das ist eine schneekugel es ist keine insel so eine schneekugel dann am ende darstellen bestimmt steht ja jetzt 99 prozent oder ne 98 ok ich habe 91 prozent 9 prozent fehlen mir noch ich habe sechs millionen ok 3 2 1 auf ich komme mal zu dir hoch juhu was ist das was habe ich da gemacht er in der mauer gebaut bitte weg mauer bitte oha er ist runtergefallen bei mir ist jetzt auch schon oben die kugel so okay immer zu deinem haus ja mache ich auch sophie ja was machst du denn sophie seite böse zu mir ich sehe es ja 90 prozent mir fehlen noch acht sachen so wieder hoch wir kommen mal wieder runter überhaupt wenn man die glaskugel drin ist ah da hinten oh mein gott ich habe es gleich sieben millionen sieben millionen ok ich werde es nachschauen was das letzte drei ich weiß gar nicht ob ich das habe hier das bekommen ist das ich mache es ja nicht hier drin wir machen es einfacher so perfekt das auch noch du bist so wie immer hatte ich habe 97 prozent ich kann ich nicht anfassen mir fehlen noch drei sachen sechs millionen fünf millionen und sieben millionen oder sowas geschenke sind gespawnt glaubst du der speicherstand ist gespeichert glaube ich auch nicht so fünf millionen mir fehlt es nur noch sechs millionen und sieben millionen dann habe ich alles so jetzt habe ich auch den fliegenden teppich warum kämpfst du hier überhaupt bei mir so viel du machst nichts mehr wird auch nicht schlecht ich brauche irgendwie schnell viel geld wie macht man das am besten was hast du gerade 1,5 millionen und im haus glaube ich weiß ich nicht dann war es auch schon aber insel was brauchst du also insgesamt brauchst du nur noch also plus insel noch zwei sachen brauche ich nur noch also insgesamt brauche ich sechs millionen und sieben millionen sind wie viel 13 millionen wie viele hast du gerade drei millionen bestens have spawned ok ja dann tue ich gleich mal hier schauen was ich bekommen habe ich habe jetzt 6,6 millionen das eine kann ich schon fertig machen das andere muss noch gemacht werden so das eine hier war nicht fertig das andere ist jetzt sieben millionen das letzte ich gebe mal gleich mein geld auf um zu gucken wie viel ich habe ja bei dir ist eh egal jetzt habe ich gerade 1,7 millionen also es wird wahrscheinlich schon noch was irgendwie die millionen habe ich jetzt das letzte mal jetzt auch 99 prozent und ich muss erstmal nach oben ja aber ich mache es jetzt voll ich habe einfach wirklich gefühlt zwei stunden und 15 minuten dafür gebraucht aber egal es interessiert mich nicht ich mache es jetzt einfach und ich bin fertig ich bin jetzt einfach fertig wenn es euch gefallen hat leute lasst ihr ein like da vergesse ich zu abonnieren die glocke zu aktivieren schaut bei so viel vorbei ich werde ich verlinken auf jeden fall ich hätte gesagt heute das war's haut rein und ich muss jetzt auch so viel hier zusammen hauen ja 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 ich habe doch geschafft einwand frei ist auch voll ins laser gelaufen ich weiß madam want com ja 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 ja